die 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 so und willkommen zu der Folge Skywars aufkomme wir nehmen das Assistant Kit ich habe jetzt auch eine Intro wie ich schon gesehen habe ich verlinke euch wahrscheinlich auch das Intro also das Original also das 8 Sekunden Video von Intro auch mal in die Beschreibung bespielen sie uns einmal pre-say hoffen auf den letzten Staff und dass wir gewinnen ok so einstellen so noch eine Hose schon wieder nicht die Hose mit es ist mit ich ich bin die erst zusammen dann kann ich mit die Erdschesspläte machen. Ich will mir doch nicht hier heben, dann bin ich schon für dir. Und los geht's. Okay, nice, hab ihn. Hab ihn auch. Für den Knockback-2-Schwert, Knockback-2-Holzschwert. So. Und ich hatte, wenn ich eine Diazer geboten habe, ist okay, dann mach ich mir gut so ein Knockback-Dier-Schwert und einen Dia-Helm. Manche brauche ich noch. Schnell. Man muss auch noch mal mitnehmen, damit ich mir den Scheffels-2-Knockback-1 machen kann. Okay. Ich muss ganz kurz nochmal 2-Level-Farm und eine Mine. Und noch 4 Flaschen. Das reicht. Das ist echt nice. Das besteht AFK, oder? Ich hab jetzt gewonnen. So, und wir sehen uns in der nächsten Runde. Da sind wir schon wieder. Und sind jetzt auf dem Map Windmill. Wir hoffen wieder auf den Leistungsdienst davon. Und dann hoffentlich gewinnen wir wieder. Ich mach wieder ne gute Taktik. Es ist einfach wieder ne... Ich kann halt nicht ne Dia-Spitzack, aber jetzt mach ich mir ne. ein paar. Eisenspitzack-Ambau. Dia-Suppenhofer auf den Nicen Dia-Stuff. Also Dia-Chess-Plaid und so. Außer Schuh halt. Schuh habe ich schon. Von dem Assassin-Kit. Und dann... Von dem Assassin-Kit. Schuh auf dem Assassin-Kit. Schuh. Bei diesem Schuh! Oh, eigentlich er fehlt mir. Mist, ach gut. Mist, ach gut. Mist, ach gut. Mist, aber auf der Map Skyland, wir spielen jetzt hoffentlich auf einen Sieg, also wir werden hoffentlich gewinnen. Jetzt baue ich noch ein bisschen die jetzt ab. Gucken, die zweite Truhe. Ne, Endepelle, nice. Zong. Zong. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, Gigi bist du da gemacht. Weiß ich jetzt auch nicht, aber egal. So, wir holen jetzt kurz ein bisschen Schnee, damit wir die Gegner heruntererfen können, falls sie sich zu uns spawnen wollen. Das gleiche machen wir auch auf der Insel von dem Stevie. Ja, ja Gott, da deckt es, lustig, lustigerweise. So. Noch mehr Schnee. Jetzt haben wir auch Wochenende, also... So, der wird, glaub ich, heute noch kommen, am Samstag. Okay, neueste Ausbeute haben wir bekommen. Also neueste Ausbeute von den Schneebellen. Nice. Da lagen noch mehr. Jetzt mal eine Chestblade. So, jetzt sind wir dann in der nächsten Base. Jetzt kriegen wir die Schuhe mit... Oh, das ist ein Sinn. Dies, dies, dies. Und dauert es nicht clue, das ist ein D sieben. und dann und dann niss wenn du jetzt niss du Ich will nur mal ganz kurz in den Schnee von hier, weil ich grad viel Schneefüll in einen Tio, die ich hier verbraucht habe. Ich will nur noch kurz in den Schnee von hier. ... und über den Ball gelassen. ... ... ... ... Ich muss gucken, ob wir hier irgendwelche Blöcke übrig gelassen haben, weil ich gerade etwas wenig habe. Ich werde zwar kein Wissen, wo er ist, der kleine Gegner. Ich werde gerade empfehlen, ob ich jetzt ein Wissen, um ein Wissen, um ein Wissen, werfen, dass ich das Koffer verwende. Das war's für heute. Ich will versuchen, dass er denkt, dass ich keinen Schieberleib. Ich will versuchen, 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 dass ich keinen Schieberleib.